So... Äh... Hallo... Äh, ja... Das ist doch ne Pfeife gewesen, warum kein Rohr? Und die Doktor sind hier... Hä? Oder? Nee... Ja... Sieben Schlüssel... Eins... Zwei... Zwei... Vier... Fünfe... Zwei... 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 Sechs... So. Und der siebte versteckt sich... Wo? Gucken wir mal. So. Gucken wir mal hier rein. Sieben. So. Da haben wir schon mal alle sieben. Und da brauchen wir jetzt den Schlüsselring. Jetzt werden wir schon Station C. Da brauchen wir jetzt die Schnipsen. Eins, zwei, drei... So. Das brauchen wir. Da ist die Taschenuhr. Schnellunkel. Die chirurgische Seele wird... So. 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 Was brauchen wir hier. Gummihandschuhe. Das brauchen wir gleich alles erst. So. 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 Ja. So, eine Menge Dinge machen, wir haben uns die Ratten geblaschen auf das Blei, das Kratzen, das Kratzen auf dem Papier, ich glaube die hat es nicht gemacht, dass es um uns zu foltern. Sie wissen schon, Uhren, wie sie die ganze Zeit ticken in meinem Kopf. Wir haben den Generator erbracht, jemand macht sich daran zu schaffen. So, ein Kompass, Brille, meine Brille ist mal zurecht drücken, die rutschen schon wieder hoch. Also, man kann eigentlich nur das ein bisschen leichter, aber nur ein bisschen. Was ist hier, das ist die alte Kamera. Eine Seite ist hier. ... ... ... Ja, warum könnte er nicht sein? Meisel Da ist der Meisel Da ist der Kompass und das Telefon Bananafel Bananafel Eigentlich Zwei Baton Zwei Zwei Deine Taschen Ja Zwei Baton Zwei Baton Zwei Baton Zwei Baton Einfach keine Bleistiftgeräusche, jetzt habe ich ihn. Einfach keine Bleistiftgeräusche, jetzt habe ich ihn. Einfach keine Bleistiftgeräusche, jetzt habe ich ihn.